Heute gewinne ich, heute gewinne ich. Ich darf anfangen. Eins, zwei, drei, vier und weg mit dem Stein. Und den Professor vor die Nase. Ach, so ein Ärgernis. Vier, was sag ich denn? Bitte, bitte eine Vier. Die Wahrscheinlichkeit für eine Vier ist genauso hoch wie... Zwei. Ich hab doch Vier gesagt. Doofer Würfel. Gemein. Ich denke jetzt an was ganz anderes. Dann kommt die Eins. Das spricht gegen jede Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Ich will die Eins. Ja, danke. Oh no, nicht schon wieder. Ja, Cowboy, jetzt ist Ende Gelände. Mach Platz, Alter. Immer mit der Ruhe. Die Prairie ist ein Revier. Voll Treffer. Nein, wer war da? Tja, Kleine. Hier wird schnell gezogen. Na warte. Auf, Junge. Zeig, was du kannst. Ein Cowboy geht seinen Weg. Noch ist nicht alle Tage ab. Jetzt gewinne ich. Halalalala. Ein Cowboy gibt niemals auf. Weg da, Kleine. Lieber Gott, lass es keine Eins sein. Ja, eine Eins. Du hast geschommelt. Das ist gemein. So etwas habe ich ja noch nie erlebt. Der Würfel war auf der Kippe. Ich habe es gesehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Die Spielregel sagt, noch mal Würfel. Sag ich doch. Sieht so aus, als würde das Rennen zwischen uns entschieden werden. Jetzt werde ich es euch zeigen. Vorsicht. Ah. Ja. Oh, ist das aufregend. Nicht so stürmisch, Jungs, Freunde. Eine Fünf. Dann zeig mal, was du kannst. Na, warte. Ja. Eine Zwei. Eine Zwei. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Noch mal. Noch mal. Ich darf anfangen. Ich habe gewonnen. Und damit meine Zwei. Ich habe gewonnen. Untertitelung des ZDF, 2020